Als Lärm werden solche Höreindrücke bezeichnet, die uns belästigen und missfallen. Lärm zerstört die innere Ruhe des Menschen und macht krank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lärm Macht krank Lärm 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Und macht krank. Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Jupiter, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, 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 Biosphere, Das war's für heute, 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 Das war's, Back in paradise, Das war's für heute, Das war's, Paradise, Das war's, 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 Und, Das war's, Das war's, Und, 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 Und,